So, jetzt halt schon mal drauf auf mich, dass ich mich selber ziehe. Passt schon einfach drauf halten. Wie? Auf mich, du siehst es eh im Display. So. Fingernägel brennen, nein, brauchst nichts dran, Fingernägel brennen. Irgendwas ist da beim Auge, ich seh es selber nicht, aber es hört sicher nicht lustig aus. Naja, bei dem Gitter hat es mich aufgestellt. Ja. Jetzt sind sie bei dem nassen oder vermutlich hoch. Der ist warm. Der war, der ist nassen. Schräg. Das ist nass auf mich. Schräg umgefahren und dann hat es mich schon hingelegt. Und auf dem Helm, der auch was nicht mehr gut ausschaut. Ohne den war es schlecht ausgemacht. Also, über den Helm aufsetzen. Ja. Okay, du bist drauf, ist der? Ja, du bist drauf, ist der? Gar ein Stück sicher.